Jut, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel aus meiner Hause Codemasters. Los geht's heute mit Dirt Rallye 2.0, der Nachfolge quasi von Dirt 4. Need for Speed ist durch, also geht's hier jetzt weiter. Ja, ich muss einen neuen Spiel schon erstellen, natürlich, welche eine Überraschung. Ich muss den ganzen Scheiß akzeptieren, weil ich den Kack schon, die ganzen Lizenzvereinbarungen und das Kleingedruckt immer da so kommt. So, wir dürfen uns einen Fahrer erstellen. Das sind Fahrers. Oh, was ist hier? Fahrernummer. Gut, passt. So. Okay, Mousetra. Willkommen bei mein Team. Hier kannst du die Menüs Events, Garage und Mitarbeiter verwalten. Das ist der Hauptbereich in Dirt Rallye 2.0. Okay, gut zu wissen. So, äh, Garage, wir haben hier noch nichts. Also können wir direkt in die Events reingehen. Hier findest du zahlreiche Events, an denen du teilnehmen kannst. Außerdem kannst du hier Belohnungen für die verschiedenen Herausforderungen gewinnen. Du kannst hier in deiner Lieblingsdisziplin fahren oder, wenn du mutig bist, etwas ganz Neues ausprobieren. Ich fange mit einer Rallye-Karriere an, auf jeden Fall. Und fangen wir mal ganz unten an. Gut. Okay, dann geht's noch rein. Und wir starten das Event. Geht's in Argentinien. 4,48 Kilometer. Mit 148 Höhenmeter. Unterschied. Wolkenlos, das ist immer gut. Und grober Schotter. Ich bin gespannt, wie die Strecke wird. 4,48 Kilometer haben wir ja schon gehabt. So. Gut. Dann geht's los. So, Optionen. Warte mal. Spielanstellung. Und noch mal Schaden. Und wenn wir in Fahrhilfen. Getriebeautomatik. Rein, rein, rein. Stabil. TK, wollen wir mal an. Mal gucken. Kommen wir hin. Okay. Okay. Kommen wir hin. Genau. Audio müssen wir ausschalten. Musik auf jeden Fall mal rausnehmen. Die brauchen wir definitiv nicht. Ansonsten passt das so, wie ich das gerne hätte. Reifen. Okay. Silverad 2. Nehme mal mit. Kann man immer mal gebrauchen. Gut. Gehen rein. In unsere erste Rallye. Start. 60. 4 links verdeckt. Small cut. 50. 5 rechts. Viel Glück. Das letzte war das einzige, was ich so verstanden habe. Das nehmen wir so mit. 5. Scheiße. 10 Sekunden mehr. 60. 4 links verdeckt. Small cut. 50. 5 rechts. 80. 5 links. 30. 5 rechts. Sehr lang. Macht auf. Über Kuppe. 40. 4 rechts. Macht auf. Und langsam rechts halten. In Abzweig. 1 links lang. 80. 6 links. 50. 4 rechts lang. Macht auf. 50. 30. Ich weiß, die Sekunden Zeit schaffe. Die Weile hat mich. Frühe 5 links. Extra lang. Macht auf. Über Kuppe. 30. 5 rechts. Small cut. Gibt es auch schon 17 Sekunden. Mal gucken. 50. 4 links lang. Macht zu. Innen halten. 50. 4 rechts. Extra lang. Macht zu. 3. 30. 3 links lang. Macht auf. Über Kuppe. 60. Okay. Ich hoffe, die hat man sogar zu kommen. Scheiße. 6 rechts extra lang. Über Kuppe. 30. Das wird nichts. Scheiße. 4 rechts lang. Innen halten. 100. Kuppe lang. Im Don't cut. 2 rechts verdeckt. In 3 links lang. Macht zu. In 3 rechts lang. Don't cut. In 4 links. Extra lang. In 4 rechts. In 3 links. Macht auf. 3 rechts. In 3 links. Macht zu. In 4 links. Macht zu. Über Welle. In 8. Don't cut. 1 rechts lang. Um Brücke. Macht auf. 4 rechts. Extra lang. Über Kuppe. In 6 links. In 3 rechts. In 3 links. Macht zu. 2 rechts. 2 rechts. 2 rechts. Macht auf. Auch über Kuppe. 30, 2 links, in 1 rechts, sehr lang, mach zu, don't cut. In Kehre links weit, mach zu, über Kuppe, Wälder. 5 rechts, mach zu, 1, mach auf und mach zu, über Kuppe, Ziel, 30 bis Stop. Ah ja, halbe Minute, welch, hey. Wir müssen uns uns schränken. Platz 28, ist natürlich nicht gut. Teil 2, mit 7,98 Kilometern. Start, 60, Kehre rechts weit, mach zu, in 1 links, extra lang, viel Glück. 5, 4, 3, 2, 1, los, 60, Kehre rechts weit, mach zu, in 1 links, extra lang, in 1 rechts, mach zu, mach auf, extra lang, in 2 links, extra lang, mach zu, 1, in 2 rechts, 5, 4, 3, 2, 1, los, 30, come auf, extra lang, mettre zu, ab, critical, da ist es ja nicht wahr, mach auf, extra lang, verschwindet. In Kehre links, verdeckt, don't cut. In 1 rechts, mach zu, in don't cut, 6 links. In 3 rechts übergucke. 30. Rechts halten. In 4 links. Macht auf. Extra lang. Macht zu 1. So, die Folge ist einmal in Ruhsteller-Vorsprung. Stundkatz. 1 rechts. Herze Zwischenzeit. Vorsprung. Nein, nein, nein. Oh, das war mir fast klar. In 5 links. Und so geht die schöne Zeit dahin. Oh, ja. Ja, das war's. 15 Sekunden Vorsprung. Auf einmal weg. Einfach weg. Alles weg. In 6 rechts. 30. Kehre links. Verdeckt. Macht auf. 6 lang. Übergucke. Sofort 1 links. Macht zu. Übergucke eng. 2 rechts. Don't cut. In 2 links. Macht zu. In 6 rechts. In 6 links. 30. 6 rechts lang. Macht auf. Langsam. 50. Kuppe. Und kehre rechts. Verdeckt. In 6 links. Don't cut. 1 links. Überbrücke eng. 30. 3 links. Und rechts halten. In 1 links. Don't cut. In 4 rechts. Überbrücke eng. In 4 links. Übergucke. Und 4 rechts. In 2 links. Macht zu. 30. Kehre rechts. Verdeckt. In Kehre links. Ja, wir haben ja ein bisschen Zeitgucke gemacht. In 2 rechts. In 1 links. In 1 rechts. In Don't cut. 2 links. Macht auf. In 2 rechts. In 2 links. Macht zu. Überbrücke eng. 30. 2 rechts. 1 links. Macht auf. 30. Achtung. Kuppe. Und Don't cut. 2 rechts. Macht zu. Überbrücke eng. In 2 rechts. Lang. Macht zu. Das war's. Draußen. Ja, das Ding muss man da stecken. 5, 4, 3, 2, 1, los. Kehre rechts weit. Macht zu. In 1 links. Extra lang. In 1 rechts. Macht zu. Macht auf. Extra lang. In 2 links. Extra lang. Macht zu. 1. In 2 rechts. Macht zu. In 2 links. In 2 links. Verdeckt. Don't cut. In 1 rechts. Macht zu. In 2 links. 6 links. In 3 rechts. Überbrücke. 30. 3 rechts. In 4 links. Macht auf. Extra lang. Macht zu. 1. In 2. Don't cut. 1 rechts. In 5 links. 6 rechts. 6 rechts. Kehre rechts. Verdeckt. Macht auf. Jetzt bin ich mal durchgekommen. 6 rechts. 30. Kehre links. Verdeckt. Macht auf. 6 lang. Macht auf. Über Gruppe. Sofort. 1 links. Macht zu. Über Gruppe eng. 2 rechts. 2 rechts. Don't cut. In 2 links. Macht zu. In 6 rechts. In 6 links. 30. 6 rechts lang. Macht auf. Langsam. 50. Gucke und kehre rechts. Verdeckt. 30. Ich fasse die Zeit schon wieder ruhig gemacht. Don't cut. 1 links. Über Brücke eng. 30. So, das muss wirklich aufpassen. 3 links. Und rechts halten. In 1 links. Don't cut. In 4 rechts. Über Brücke eng. In 4 links. Über Gruppe. Und 4 rechts. In 2 links. Macht zu. 30. Kehre rechts. Verdeckt. In Kehre links. In 2 rechts. In 1 links. In 1 rechts. In 2 links. Macht auf. In 2 rechts. In 2 links. In 2 links. Macht zu. Über Brücke eng. 30. 2 rechts. So, jetzt können wir die Stelle, wo wir das Auto weggeworfen haben. Macht auf lang. 30. Achtung. Gucke und don't cut. 2 rechts. Macht zu. Über Brücke eng. Hier haben wir das so ein bisschen weggeworfen. Macht zu 1. In 1 links. In 4 rechts. Hier hat es auf jeden Fallen sich diese Rallye. In 3 links. 30. Achtung. 1 rechts. Macht zu. Über Brücke eng. In 3 links. Über Gruppe. 30. Äh, 3 rechts. In 3 links lang. In 1 rechts. Verdeckt. Macht zu. In 5 links. In 5 rechts. In Kehre links weit. Über Gruppe. Innen halten. 20. Gruppe. Und frühe Kehre rechts. Verdeckt. Verliegen lassen. In Kehre links. Verdeckt. Weit. Lang. Macht zu. In 2 rechts. Macht auf. 30. Gruppe. Sofort. Kehre rechts. Macht auf. In 4 links lang. Macht zu. Don't cut. 1. Nein. Schon wieder runterfallen. Geht direkt 6 Sekunden für was bekommst du. In 4 links lang. Mach zu. Don't cut. 1. 30. Kehre rechts. Verdeckt. 30. Sie wieder ausholen jetzt die Zeit. 2 rechts. Macht zu. In 3 links. 30. 30. 30. 6 rechts lang. Aufkuppe. Und 4 links. Extra lang. Macht zu. 1. Umbrücke. In 5 rechts. Überwelle. 30. 3 rechts. In 4 links lang. Macht zu. In langsam. 4 rechts. Extra lang. Über Kuppe. Macht zu. In 3 links. Macht auf. In 4 rechts. Sehr lang. Ja, die so rolliert auf jeden Fall dick in sich. In 3 links lang. Über Kuppe. In 4 links lang. Macht zu. 50. Ich muss die Zeit rausholen. Gruppe. In 4 rechts lang. Macht zu. In 4 Sekunden. In 4 links lang. Macht zu. Cut. Maybe. 50. 4 rechts lang. 50. 5 links. Small cut. In 6 links. extra lang. Bis Kuppe. Und voll rechts. 80. So. 8 Sekunden noch. Abzweig. 2 rechts. Macht zu. In 6 links. Macht auf. Über Kuppe lang. 30. 50. 5 links lang. Macht auf. In 6 rechts. Über Ziel. 50. Stopp. Gut gemacht. 21 Sekunden. Ja, das ist minimal. Es wird nicht reichen, um hier ranzukommen, oben. Ich bin auf jeden Fall einen gewaltigen Sprung gemacht. Wettosprüfung beendet. Gut gemacht. 12. 6 Sekunden. Ja gut, ich ziehe jetzt 6 Sekunden scharf. Das ist hier meine 50. Da haben wir immer noch 20 Sekunden hinter. Ay, ay, ay. Fähre müssen noch arbeiten. Jetzt hat der F33, was haben wir? 12.32, fast eine Minute war noch Rückstand. Gut, dann mache ich jetzt mal Feierabend hier. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht.